Hi Leute, willkommen bei einem weiteren Wie gut wird es wirklich? Heute geht es um folgendes Spiel und zwar um Forspoken. Ich freue mich total, dass ich euch endlich meine letzten Eindrücke vor dem Spiel präsentieren kann, obwohl ihr euch ja wahrscheinlich auch schon selbst Eindrücke gemacht habt, denn je nachdem wann dieses Video erscheint, war die Demo lange Zeit oder ist gerade noch auf der Playstation 5 verfügbar und noch spielbar. Falls ihr also die Demo schon gespielt habt, sagt mir gerne unten in den Kommentaren, wie ihr das Spiel bisher findet. Und ob euch die Demo Spaß macht. Ja, ich habe mit Forspoken jetzt schon einige Male zu tun gehabt. So hatten wir bereits vor einem ganzen Jahr ein Interview mit dem Co-Director und mit dem Produzenten hinter Forspoken. Und das Interview findet ihr hier oben rechts in der Ecke, falls euch interessiert, wie das Ganze gestartet ist. Jetzt war ich aber letztens in Hamburg auf einem Event, wo wir ziemlich viel vom Spiel bereits spielen konnten, denn es befindet sich ja auch schon in den letzten Zügen. Forspoken erscheint ja bereits im Januar. Der Titel wird auch ein recht großer Titel für Square Enix werden, der bereits vor sehr, sehr vielen Jahren auf einer E3, glaube ich, angekündigt wurde. Und zwar mit dem Titel Project Athea. Und man wusste damals schon, hey, hier ist ein Team von Final Fantasy hinter und es wird aber ein brandneues Projekt mit einer offenen Welt, mit viel Magie und mit einer ganz, ganz neuen IP, von der noch alle nicht so ganz wussten, was sie erwarten können. Ganz so mysteriös ist das alles aber jetzt nicht mehr, denn wir wissen, dass hier das japanische Entwicklerteam von Luminous Productions mit internationalen SchauspielerInnen zusammenarbeitet. Also ist es so eine Art japanisch-amerikanische Co-Produktion. Dazu gestalten sie eine offene Welt mit einem fast ausschließlich weiblichem Cast, der hauseigenen Luminous Engine, die zum Ziel hat, Kunst und Technik zu verbinden und über 100 Magiesprüche, die der Protagonistin Frey Holland zur Verfügung stehen. Ob Ihnen das gelungen ist und wie wir das Spiel nach drei sehr ausgiebigen Spielstunden bewerten, dazu kommen wir gleich. Zunächst einmal, auch bei der Preview Session dieses Mal war, wie bereits in dem Interview, was ich erwähnt hatte, der Co-Director Takefumi Terada und der Produzent Raui Mitsuni ebenfalls vor Ort. Und sie haben uns ein bisschen was zu Luminous Engine erzählt und auch zu dem Gameplay der offenen Welt und dem magischen Parcours-System, das hier sehr stark im Fokus steht und wie ich finde auch das Highlight des Spiels darstellt. Terada hat bei der Präsentation vor Ort zum Beispiel betont, dass die hauseigene Engine die Ladezeiten und VFX für den magischen Parcours und die Sprüche überhaupt erst ermöglicht hat. Und diese Engine, die gucken wir uns doch jetzt einmal zusammen genauer an. Technik und Aussehen. Kennt ihr das, wenn ein Spiel fast perfekt aussieht und dann seht ihr euch die Haare an und denkt euch so, warum sehen die eigentlich immer noch aus wie bei Sims 3? Naja, vielleicht dachte ich es mir hier bei dieser Anz Spiel Session sehr oft. Aber zugegebenermaßen, das denke ich eben auch bei der Unreal Engine. Dadurch, dass die magische Welt, Athia, die Charaktere mit langen Capes, kreativen Outfits und generell gerne mit langen Haaren und Gewändern ausstattet, was ja erstmal nichts Schlechtes ist, sind mir diese Sachen vielleicht deshalb auch etwas öfter negativ aufgefallen. Gleiches gilt für die Kamerafahrt und die Fokussierung der Gegner. Die Kamera ist manchmal etwas so abgefahren, wie die Sprüche zwischen der Protagonistin Frey und ihrem Armband Reif. Und während man die Sprüche lustigerweise beeinflussen kann, indem man sie im Menü auf selten stellt, so kann man die Kamera nicht ganz so gut beeinflussen. Durch die dynamischen, gelungenen und spaßigen Kämpfe, keine Sorge zu den ganzen positiven Sachen, komme ich gleich auch noch, muss die Protagonistin eben oft herumwirbeln und leider versteht die Kamera nicht, dass die Gegner dabei trotzdem das Wichtigste sind. Dass die Kamera sich hier mitdreht und dabei ab und zu an ungünstigen Winkeln stehen bleibt, war für mich aber das kleinste Problem. Viel nerviger war es, dass die Gegner dadurch nicht mehr anfokussiert werden konnten. Generell war der Fokus ein kleines Problem. Gerade bei sehr agilen Gegner-Truppen auch etwas willkürlich. Kleiner Einschub hier, beim Spielen in der Preview ist mir das wirklich negativ aufgefallen, weil ich die Gegner nie so richtig fokussieren konnte und immer wenn ich ausgewichen bin, ist der Gegner-Fokus komplett weg gewesen. Dann habe ich bei einem der Square Enix Days, die ja in München, Köln und Berlin waren, glaube ich, auch mal die Demo ausprobiert, die für alle zugänglich ist oder war, je nachdem. Und mir ist aufgefallen, in der Demo hat das schon viel, viel besser funktioniert, also ist dieser Kritikpunkt nur so ein halber Kritikpunkt. Ich weiß halt nicht, ob das im endgültigen Spiel eher so ist wie in der Preview oder eher so ist wie in der Demo. So, das war's jetzt auch mit dem Meckern, kommen wir mal zu den guten Seiten des Spiels. Die offene Welt zum Beispiel, die bietet nämlich genug Möglichkeiten, sich auszutoben und durch Raifs Kompass behält man auch immer den Überblick. Gleichzeitig gibt es hier auch sehr viele versteckte Schätze, sehr abwechslungsreiche Gegner, die auch in der Schwierigkeit variieren. Und was mich am meisten überrascht hat, richtig schöne Architekturen, die einem ganz beiläufig positiv auffallen und oft unerwartet irgendwo einfach darauf warten, von uns entdeckt zu werden. Wenn man dann auch noch etwas richtig Hübsches entdeckt hat, dann kann man Freys Handy zücken und tatsächlich auch auf ihrem Handy ein Foto machen. Aber es gibt aber auch noch einen separaten Fotomodus. Ich habe es ja schon erwähnt, mein Highlight, das magische Parcours. Und dieses trägt sehr dazu bei, dass die offene Welt nie langweilig wird. Egal ob im offenen Feld, zwischen Ruinen, auf den Dächern eines Dorfes, mitten im Kampf oder aber auf dem Weg zum Bossgegner. Frey kann sich immer richtig austoben und es macht auch richtig Spaß, ihr dabei zuzuschauen. Mit der Magie ihres lebendigen und viel zu viel redenden Armbands beschleunigt sie ihre Schritte, springt mit Leichtigkeit über kleine Hindernisse oder legt einen epischen Parcours hin, nur um über eine hohe Mauer zu kommen. Aber diese Fähigkeiten sind auch im Kampf überaus nützlich. Neben der Fortbewegungsmagie hat Frey nämlich auch andere Zauber. Sie kann im Fernkampf schießen, sie kann mit Steinen Schilder erzeugen oder Gegner debuffen. Es gibt offensive, defensive Zauber und Zauber zur Unterstützung. Das einfache Draufherrmann, bis ein Dreieck für den Final Blow über dem Gegner erscheint, reicht hier bei weitem nicht aus. Eure Support Spells müssen sich erst einmal aufladen, indem ihr normale Zauber benutzt. Hiermit könnt ihr dann mehrere Gegner gleichzeitig verletzen oder bewegungsunfähig machen. Das von mir gerade erwähnte Dreieck ist dann natürlich auch noch diese starke Attacke, die erst aufgeladen werden muss und dann auch nicht ganz so lange wirkt. Dadurch werden Timing und Position extrem wichtig. Wollt ihr es aber bis dahin durchhalten, so müsst ihr erst einmal lernen, in Echtzeitkämpfen auf Distanz zu gehen und von einer mittleren bis weiten Distanz aus anzugreifen. Das ist ganz schön ungewohnt und ich habe sehr oft gelesen, dass Leute das auch als Kritikpunkt geäußert haben. Finde ich überhaupt nicht. Ich mag, dass QuainX hier etwas Neues probiert. Und das ist irgendwie cool, dass man plötzlich auf Abstand gehen muss, um Gegner noch besser besiegen zu können. Das ist man sonst echt nicht gewohnt in solchen Spielen. Und ich persönlich finde es total toll, dass man im Combat-System nicht auf Nummer sicher gegangen ist, sondern sich da wirklich so eine ganz neue Gegner-Angriff-Dynamik überlegt hat. Finde ich total super. Die Gegner sind übrigens weder blöd noch schwach. Auch wenn die Schwierigkeit je nach Gegnertyp ganz schön variiert, sie zwingen euch immer wieder dazu, in Bewegung zu bleiben und eure Ausweich- und Konterfähigkeiten so häufig wie möglich einzusetzen. Dazu nutzt ihr übrigens auch eure Umgebung. Und das kann, wenn man sich einmal reingefühlt hat, ganz schön cool aussehen und im besten Falle wie eine gut einstudierte Choreografie wirken. Die Betonung liegt hier auf, wenn man sich erstmal reingefuchst hat. Vor allem, wenn ihr gerade irgendwie ein anderes Hack-and-Slay- oder Action-Game hinter euch habt, kann diese Eingewöhnungszeit sehr nervig wirken, weil, wie gesagt, das Kampfsystem wirkt doch ganz schön anders und ungewohnt. Aber ich meine, wenn die Leute einem Kampfsystem wie Dark Souls eine Chance geben können, dann können sie das bei Verspoken sicherlich auch. Und ich will das auch gar nicht so auf ein Podest stellen. Es war jetzt nicht so krass innovativ. Aber von den sehr vielen magischen Zaubersprüchen habe ich nur eine Handvoll gesehen, was vielleicht einfach generell an unserer Zeit lag, die wir dort hatten, um alles auszuprobieren. Wir hatten insgesamt drei Magiesysteme und ich hatte nicht so sehr das Gefühl, dass die sich ultra voneinander unterschieden haben. Bis auf diese besonders starken Attacken, die waren schon unterschiedlich ausgeprägt. Und natürlich gab es auch so eine Art Schere-Stein-Papier-System, dass Steine zum Beispiel gegen fliegende Gegner oder Feuer gegen Gegner auf der Erde besonders effektiv waren. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich gerade nicht mehr. Aber ihr wisst, was ich meine. Und noch ein wenig mehr meckern muss ich leider jetzt doch. Und zwar in einer bestimmten Situation, in der man schleichen musste. Ganz ehrlich, ich fand es gar nicht so schlimm, wie ich es jetzt erst klingen lasse, weil ich Schleichpassagen oft sehr schnell sehr lästig finde. Aber in diesem Spiel waren das keine richtigen Schleichpassagen. Und das fand ich auch nicht gut. Meistens wartet ihr einfach in einer Cutscene, in der ihr euch eh nicht bewegen könnt, darauf, dass der Gegner sich ganz langsam umdreht und weggeht. Und dann watschelt ihr, gehockt mit einem NPC, ebenfalls ganz langsam hinterher. Und schon beginnt die nächste Szene. Und dann habt ihr euch irgendwann erfolgreich vorbeigeschlichen. Why would you do that? Geschichte, Charaktere und Inszenierung Ähnlich wie beim Gameplay in der offenen Welt und beim Magie-Parcours-System hat mir auch die Geschichte ziemlich viel Spaß gemacht. Dass die deutsche Synchro hier eher nervenaufreibend war und so wirkt, als hätte ein Boomer versucht, die Gen Z zu beeindrucken, das ignoriere ich jetzt einfach mal. Schließlich kann es auf Englisch ja wieder ganz anders wirken und vielleicht ist das ja eh Geschmackssache. Ich bin etwas streng, man kann trotzdem Spaß haben, man gewöhnt sich auch recht schnell daran. Und die Dynamik zwischen Frey und Reif kann ich in dieser ganzen Geschichte auch total verstehen. Leider wirkt es manchmal so, als hätte man versucht, Nier und Grimoire Weiss aus Nier Replicant nebeneinander zu packen und diese Dynamik so ein bisschen nachzuahmen. Ja. Aber dem gegenüber steht ein richtig toller Cast. Und ich weiß, es gibt sehr viele Kommentare, die ich zu diesem Thema gelesen habe, die alle so mit juckt, doch kein Anfang. Und ganz ehrlich, doch als Frau juckt mich das, dass wir nicht so viele Frauencharaktere haben. Ich finde es richtig toll, einen fast ausschließlich weiblichen Cast zu sehen. Ich finde, das nimmt der Geschichte überhaupt nichts und wirkt tatsächlich einfach sehr erfrischend, weil die Perspektive sehr shiftet. Ein berechtigter Kritikpunkt ist die Frage danach, ob so viele Frauen auch am Skript gearbeitet haben und hinter den Kulissen auch in der Director-Position zum Beispiel standen. Aber die Idee, diesen Schritt zu machen und den Fokus in der Geschichte selbst auch auf ein matriarchales System beispielsweise zu legen, fand ich total cool. Wir haben hier nicht nur eine Reihe an weiblichen Charakteren, sondern auch an sehr unterschiedlichen Charakteren. Die weibliche Thematik ist aber trotzdem stark im Fokus, denn die ist auch für die Politik von Athia selbst wichtig. Wie gerade gesagt geht es um ein fiktives Matriarchat, welches mit internen und externen Problemen konfrontiert wird und dadurch eine extrem spannende Thematik aufwirft, an die sich noch niemand vor diesem Spiel getraut hat. Nach drei Kapiteln kann ich auf jeden Fall nicht hundertprozentig beurteilen, wie gut und tiefgreifend die eigentlichen Themen behandelt werden, aber das, was ich bisher gesehen habe, war sympathisch und macht neugierig. Und ja, dazu gehört halt auch, dass die Protagonistin ihre Fingernägel mit Fähigkeiten ausstatten kann oder neue Capes im Laufe der Geschichte bekommt, die ebenfalls die Fähigkeiten-Sets abändern und gleichzeitig auch visuell schön aussehen. Auch das Kostümdesign der elitären Gemeinschaft in Athia bekommt von mir ein kleines Shoutout, weil ich das richtig cool fand. Abseits davon und unabhängig vom Geschlecht sind mir alle Charaktere bisher extrem sympathisch erschienen. Wirkt Frey am Anfang noch unnahbar und auch etwas abstoßend, weil ihre Sprüche den Charakter unausbalanciert wirken lassen, so entwickelt sie sich durch die Ereignisse in der Welt doch schnell zu einer vielschichtigen Persönlichkeit. Man konnte richtig sehen, dass es den Entwicklern wichtig war, dass sie einen Wandel durchmacht und ihr die Charaktere aus der Magiewelt ans Herz wachsen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier eine klassische Heroes Journey erwarten können, mit der Frey wahrscheinlich am Ende als eine ganz veränderte Person zurück in die Realität kommt. Aber auch die Motivationen der anderen Charaktere waren sehr verständlich und dreidimensional. Das ist mir schon recht früh sehr positiv aufgefallen, aber auch beim Bosskampf gegen eine der Tantas wurde mein Gefühl dann nochmal bestätigt. Besonders eine der Nebencharaktere ist mir zudem durch ihre extrem gute schauspielerische Leistung schnell ans Herz gewachsen. Ich kann mir vorstellen, dass das mit sehr vielen Nebencharakteren im Spiel passieren wird. Coole und uncoole Extras. Und dann gab es noch ein paar Sachen, die besonders spannend waren. Ich hatte ja schon die Fingernägel erwähnt und auch die Capes, die einiges verändern. Aber auch das Crafting-System ist mir sehr positiv aufgefallen. Ich finde es ehrlich gesagt etwas schwer, ein nicht langweiliges Crafting-System zu etablieren, was einem dann auch nicht zu viel Zeit von der Hauptgeschichte raubt. Bei Verspoken in den drei Kapiteln, die ich jetzt gespielt habe, kam mir das genau richtig gepaced vor. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwo stehe und dann eine Stunde irgendwas crafte und dann doppelt so stark irgendwie wieder raus in den Kampf gehe. Im Gegenteil, das ist alles sehr beiläufig passiert und das finde ich gut. Und dann sind mir noch relativ viele Monster aufgefallen, die wirklich sehr stark in der Schwierigkeitsstufe variiert haben. Einmal bin ich sogar an einem recht schweren Monster in der offenen Welt gescheitert und hatte dann nicht das Bedürfnis, es nochmal zu probieren. Wie gesagt, ich hatte ja einen begrenzten Zeitraum. Aber das empfand ich irgendwie als sehr positiv, weil ich sowas ähnliches dann auch in der Demo bemerkt habe. Es gibt eben sehr schwierige Monster, an die man sich nicht sofort rantraut und die geben einem so ein Gefühl von Angst und Respekt der Welt gegenüber. Und vielleicht auch so ein bisschen Neugierde darauf, ob man dann nochmal zurück in ein Gebiet möchte, was man eigentlich schon hinter sich hat. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Was ich nicht mag, sind so Ausdauerleisten. Aber auch das ist hier ganz gut gelöst. Es gibt eine Ausdauerleiste für euer Magie-Parcours-System, damit man einfach nicht die ganze Zeit durch die Gegend rast und das ganze Gebiet in 10 Sekunden abgegrast hat. Durch diese Ausdauerleiste wird man dazu gezwungen, auch mal stehen zu bleiben, innezuhalten. Und das sind die Momente, wo man dann wunderschöne Orte entdeckt. Und diese Ausdauerleiste lädt sich aber auch total schnell auf. Also es ist nicht nervig. Obwohl ich gerade gesagt habe, man wird dazu gezwungen, innezuhalten, hatte ich nicht so wirklich das Gefühl, dass es schlimm war oder dass ich irgendwas tun musste, sondern es war sehr dynamisch und es hat sich sehr intuitiv angefühlt. Fazit. Tja, wie gut wird Verspoken jetzt also? Und lohnt sich das Warten auf Ende Januar? Also für mich ist das ein klarer Fall von Ich hab richtig Bock. Es wird mindestens ordentlich. Im besten Fall ein Spielerlebnis, das mir sehr lange sehr positiv im Kopf bleiben wird. Und auch gerade unter dem Aspekt eines sympathischen weiblichen Casts wäre das für mich sehr wichtig. Ob es jetzt aber so generell für alle gut wird? Ich würde sagen, ja. Rein technisch und visuell liegt die Performance hier im mittelmäßig bis sehr guten Bereich und auch gameplaytechnisch hat Luminous sich hier sehr viel Neues getraut. Sollten euch die Ansätze für Mid- bis Long-Range-Eingriffe inklusive Parcours und agile Kämpfe mit abwechslungsreicher Schwierigkeit und buchstäblich hunderten von Magiesprüchen jetzt absolut nicht vom Hocker hauen, so kann ich euch zumindest versichern, dass die Kämpfe auch durch die Erkundung der Welt Spaß machen werden. Wenn ihr eine Person seid, der die Geschichte jetzt einfach überhaupt nicht wichtig ist und nur das Gameplay, so könnt ihr die Story auch einfach oberflächlich mitspielen lassen und euch am Design der Endbosse erfreuen oder euch von den dramatischen Wendungen berieseln lassen. Vor Spoken wird meiner Einschätzung nach Final Fantasy XVI, worauf sich ja jetzt die meisten Square Enix-Fans freuen dürften, nicht unbedingt übertreffen, aber es ist endlich mal wieder eine neue IP, die richtig viel Spaß machen wird und vielleicht sogar auch ein paar spannende Denkanstöße bei anderen Studios oder bei anderen SpielerInnen auslösen kann. Mir persönlich ist es mehr wert als einfach eine perfekte Grafik oder technische Leistung. Aber ich glaube, das muss jeder am Ende für sich entscheiden. Vielen Dank fürs bis zum Ende gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!